Schönen guten Tag, ich bin der Herr Weber Benedikt. Ich komme aus Deutschland aus der Nähe von Köln und ich hatte immer Probleme mit meinen Zähnen, mir hat mein Lächeln nicht gefallen und dann habe ich mir über Internet jemanden gesucht, auch über Instagram viel geguckt und bin dann an diese Klinik gekommen in Istanbul und habe mich direkt mit ihnen in Verbindung gesetzt und wurde sich sofort zurückgemeldet über WhatsApp, ganz einfach und ohne große Probleme, auch sofort auf Deutsch, also dass es da gar keine Barrieren gab wegen irgendwelchen Sprachen. Und ja, ging alles recht zügig. Innerhalb von ein paar Wochen haben wir sofort Termine gemacht. Es war alles total easy, es ging alles reibungslos und ich kann mich echt nicht beschweren. Es war echt ein Top-Service. Mir wurde sich echt super um mich gekümmert und ja, was soll ich mehr sagen, also es gab nie Probleme. Es wird sich wirklich super gekümmert. Und jetzt haben sie bei mir zum Beispiel 20 Zierkronen gemacht und klar am Anfang war man so ein bisschen so, ist das jetzt die richtige Entscheidung, das zu machen? Gerade vielleicht im Ausland denkt man sich so, okay, mach das, mach ich nicht. Aber ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Ich war bei vielen Zahnärzten in Deutschland und habe mich da auch beraten lassen. Und ich, also es ist auf jeden Fall nicht schlechter. Ich würde sogar fast sagen vom Service und wie man behandelt wird sogar eventuell besser. Und der Preis ist halt unschlagbar. Also Top-Service. Egal was ist, die sind immer für einen da. Man schreibt kurz per WhatsApp, dass man Schmerzen hat, wird sich um einen gekümmert. Das ist wirklich alles top hier. Und jetzt mittlerweile ist es ein Tag her, seitdem ich die Kronen drauf habe. Ich habe kein Schmerzempfinden mehr. Klar noch so ein bisschen Kälte, Hitze, aber das wird sich auch legen. Und ist klar eine Gewöhnungssache. Aber ich habe mich innerhalb von 24 Stunden schon fast perfekt daran gewöhnt. Und das ist wirklich top Arbeit hier. Super Team. Und ich werde auch in sehr vielen Sprachen sich unterhalten. Das heißt also hier, egal in welcher Sprache, ich denke mal Russisch, Deutsch, Französisch ist so Türkisch. Das, was ich jetzt so rausgehört habe, ist überhaupt gar kein Problem. Also ich kann diese Klinik hier echt nur weiterempfehlen. Und wenn man Fragen hat, einfach anschreiben. Man kriegt Preise genannt. Man kriegt ein Angebot innerhalb von ein paar Tagen. Und das ist überhaupt gar kein Thema. Und ich bin echt sehr, 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 sehr zufrieden mit der Leistung und der Arbeit und dem Service. Das hat mich echt sehr positiv überrascht. Und ich bin sehr zufrieden. Also ich kann wirklich Ömer Istanbul nur weiterempfehlen. Ist wirklich top Klinik. Und fragt einfach an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und ihr werdet sofort beraten.